Wohl 88.405 Menschen mitgemacht haben, sind sie für die Impfpflicht Ja oder Nein war gefragt und ich starte einfach mal das Ergebnis ab. Und es ist ein bisschen überraschend, denn es ist genau andersrum, als man das eigentlich kennt von den statistischen Umfragen aus der Zeitung der letzten Tage. Wir haben also hier 38,88% Ja und 61,12% für Nein. Jetzt muss man aber eins dazu sagen, es war die ersten acht Minuten genau andersrum, deswegen resetten wir einfach mal unsere Umfrage. Wir stellen auf Null und fragen einfach nochmal. Wir stellen auf Null, wir stellen auf Null, wir stellen auf Null.